Herzlich Willkommen Leute zu ner Runde CDT mit den Jungs von Pinsmeen und ich hab noch nie ne Folge mit den Anmoderieren. Hallo! Hi Talo! Hallo, was geht bei dir Talo? Hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich schon. Als würdest du das schon öfter gemacht haben. Als wenn das dein Job wär. Ja, genau. Magistar, du willst den Schneeball bauen? Wer will denn? Wer will denn Schneemann bauen? Ich hab keine... Der auch? Nein! Alja! Christian, du wolltest mich kill damit, oder? Du wolltest den Schneeball bauen, hast du gesagt. Am Arsch! Du wolltest den auf mich werfen. Ich hab den sogar auf dich geworfen. Das fand ich jetzt schon ein bisschen heftig. Ich fand das schon gut. Deswegen hab ich den gefragt vorher, wenn du jetzt gesagt hättest, du willst nicht, dann hätte ich den wohl nicht geworfen. Ja, ich will nicht selber einer sein. Ey, ne! Bitte nicht! Bitte nicht! Achso. Ram, ey, wieder rumspielen mit seinem scheiß Ding da, ey. Ja, absolut. Aber... Wenn du nicht weggegangen wärst, hätt ich mich glaub ich Eiskösser gegen. Ja, ich bin doch ein netter Boy. Superstawive! Moment! Ich glaub, er ist gestorben! Ich hab überhaupt dasして... Ich bin der Gambler. Natürlich ist der Gambler. Also Peter ist draußen rumgelaufen. Ich bin Gambler. Mach doch noch mal Random Damage jetzt. Das stimmt. Christian auch nicht, möchte ich mal kurz sagen. Kein Random Damage. Kein Random Damage. Mach ich doch. Hab ich schon gemacht. Ich hab Random Damage gerade gezündet. Wer hat's denn abbekommen? Soll ich das wissen? Ich nicht. Ich bin nicht Traitor. Ich bin nicht Traitor. Also ich hab wirklich kein Random Damage bekommen. Niemand hat Random Damage bekommen. Ich seh hier, dass Leute sterben. Bram schießt auf mich. Bram ist der Traitor wahrscheinlich. Du bist Traitor. Ein Traitor ist tot. Also hat denn jemand Random Damage gekriegt? Nein. Oh Gott. Krass überführt. Okay. Wo ist denn jetzt? Der Böse? Die zwei Bösen? Also Sepp ist einer, glaube ich. Lebt der noch? Ich glaube. Vielleicht. Kann ich dir nicht genau sagen. Und dann du. Wahrscheinlich der andere. Sofern keiner mehr lebt. Ja, das kann nicht sein. Wobei ich könnte rein hypothetisch aus seiner Perspektive auch noch sein. Ehrlicherweise. Aber ich bin das nicht. Ich bin innocent und hab richtig krass mit meinen medialen Kräften. Äh, ne Moment. Wenn ich Medium bin, dann sind das dann mediale Kräfte. Mediumskräften. Wie auch immer. Guck mal, sehr lebt scheinbar. Aber da muss ja noch einer leben, Feder. Und du weißt, du bist der andere oder so. Nein. Ah, tschüss ja. Und? Warte mal. Ich klär auf. Wir sind gerade einander vorbeigesprungen. Da, Lu. Nein! Da! Wo ist denn der Bram? Sag das doch noch kurz. Okay, da wo die Explosion... Was war das denn für eine Granate? Die Graf Grenade, die ist aber noch nie so richtig gezwickert, wie ich das höre, ey. Gehen wir mit der Kamera nach oben. Mach die auch so viel Schaden. Bram steckt in seinem Grab. Ey, ich bin ja auch explodiert. Die dürfte eigentlich gar keinen Schaden machen. Die macht keinen Damage. Aber Bram. Aber Bram... Märtyrer. Hat... Genau, es war noch mal ein Märtyrer. Aber ich kam halt nicht weg wegen der... Das ist halt echt aneinander vorbeigesprungen. Bram war doch voll weit weg von der Märtyrer. Sozusagen. Ja, aber die... Die Graf Grenade hat mich in die Richtung getrieben. Hm. Geil. Du fliegst dann so durch die Tonne und sagst, na loo. Ja, Alter, ey. Zwisch der Random Damage-Finn ist scheiße im... Das war echt problematisch. Farten Kick! Kann man das auch an einem Fenster machen? Ah! Wer ist das? Christian? Du wolltest mich töten. Ja. Du hast mich auf das Fenster geschossen. Was willst du denn? Du hast auf mich geschossen. Ich habe 65 Leben noch. Oh, dann habe ich dich dahinter nicht gesehen. Ich habe nur auf dein Fenster geschossen. Smoker! Na die Tür auf. Hey, mach auf. What the fuck? Was ist das für ein Fenster, Alter? Der Sicherheitsglas, sonst kannst du hier überall einbricht. Ja, ich glaube nicht. Jay, du bist aber ganz schön fix unterwegs, ey. Ja, Alter, ich suche hier gerade. Du bist Ninja, oder? Dann hört dich auch nicht. Ich suche mal einen Stoff. Ich suche mal einen Stoff. Ninja aka Junkie. Ich suche mal einen Stoff. 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 Grapf Grenade. Grapf Grenade. Hey, oh Gott, ich bin voll drin. Alter, Jay ist so geil. Wo ist das? Ich falle hier gerade ein bisschen die Kontrolle. Wo ist mein Dealer? Wer ist das? Ich bin das. Ich bin das. Ne, es hängt in der Decke. Ja, alles gut, Schieber. Das kriegen wir schon. Da, Alter. Gib mir euch deinen Stoff. Okay. Gib mir deinen Stoff. Hör auf. Ich hänge in der Decke. Jetzt geh nicht her. Ich fahre los. Um zu retten. Warte mal. Ne, ist doch der Alum Jay, glaube ich, getötet, oder? Das war Bram. Nee, Bram war das nicht. Ich hab... Nee, ich hab das gesehen, das war nicht Bram. Das war... Wer ist Jäger? Also, das war ne... Das war so ein... Wo liegt denn das Beweismittel? Du stehst daneben, Dalu. Christian, hilf mir, bitte. Tu mal ne Disco, oder so. Nein! Komm, Christian, hilf! Wie kann der denn hier? Ich hab das Mokul nicht. Ja, ich hab das Mokul nicht. Ich hab das Mokul nicht. Ja, ich geb dir eine mit. Da war nice. Hast du deinen Kollegen in die Decke reingehauen? Ja, ich war dort selber. Nein, ich wollte deinen Trailer-Kollegen befreien, Dalu, ey. Dann schiebst du mir da die Harpune in den Rücken. Ja, solange du halt mal stillstandest, als Junkie warst du schwer zu treffen. Ich hab auch keinen Stoff gegeben. Peter, nur 99 Schaden. Ja, das reicht ja voll. Als ob, ey. Ich fasse mal. Das ist natürlich lucky. Unlucky? Ich bin eine kleine Rolle. Das geilste war, wo du unsichtbar vor mir standest. Ich hab dein Schatten gesehen. Ich dachte, du bist um die Ecke. Ah, Scheiße. Der Schatten war an der Wand und ich dachte, du stehst um die Ecke. Aber es war halt wirklich eins zu eins dein Schatten. Ja, ich stand direkt vor dir und wollte dich dann machen, aber das hat nicht geklappt leider. Hat nur zu 99 Prozent geklappt. Ja, genau. Da fehlt dann noch das Itzi-Bizchen. Itzi-Bizzi-Spinne. Ich seh euch übrigens alle, ihr könnt euch nicht verstecken vor mir. Ist okay. Ah, Tür zu. Ihr seid alle da hinten irgendwie bei der Grabkammer. Was seid ihr denn für morbide Gesellschaft? Kann ich eigentlich das Grab aufmachen? Machen wir bitte nicht tot. Da kommst du doch raus. Ich bin grad teleportiert worden. Ich bin geportet nach draußen. Oh shit! Da bist du, da bist du Dalu, du kleiner Frechdachs. Peter! Nee, nee, nee. Bram hat doch nicht grad teleportiert. Der war ja gerade hier. Bram hat doch grad... Dalu ist wiederbelebt worden. Nur was? Jetzt ist vor mir einer gestorben. Ihr Säcke. Okay. Das war aber ein Scheißort. Was machst du denn da drin? Ich spiel dir grad mir einen ab. Warte mal ganz kurz, ja? Es brennt aber. Nein, warte mal ganz kurz! Dann kann ich nichts für... Ja, geh da rein. Ich muss mal ganz kurz was ausprobieren. Was denn? Was machst du denn? Jetzt geh weg. Geh in die Runde Billiard spielen oder so? Oh shit, ich verbrenne. Was hast du denn vor? Ich lass mich mal ganz kurz was, ja? Okay, ich bleib mir einfach kurz stehen. Und dann? Du musst kurz was nachgucken. Ich hab ein bisschen Angst. Ich hab ein bisschen Angst. Nee. Nee, Moment. Ich... Ich will wissen, ob das folgende hier funktioniert. Lass mich mal ganz kurz hier drin. Ich mach mal kurz einen auf Dr. Frank gestalten. Hör auf. Das ist auch ein Experiment für dich. Okay. Okay. Hast du dir selbst einen Headshot gegeben? Ich hab der Leiche einen Headshot gegeben. Genau. Und jetzt... Jetzt will ich die wiederbeleben. Und wir wissen, ob der danach mein Sidekick ist. Oder er danach hat? Ja. Das wird nicht funktionieren, glaub ich. Was bist du? Es ist... Äh... Ich bin Trader. Sieht nicht gut aus, wenn ich brauche. Ja. Du bist ja auch ein Trader. Oh nein, 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 nein! Oh Gott. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Bist du dir den Wandel genommen, Junge? Wenn du jetzt mit mir hättest, wären wir drauf gegangen, beide. Ja, glaub ich nämlich auch, ey. Ich wollte halt wissen, ob das funktioniert. Du hättest... Das einzige, was du versuchen kannst, ist mit dem Manipulation Knife jemanden. mal eine andere Rolle zu geben, um dann wiederzubeleben. Gibt das? Das weiß ich nicht, aber das wär noch interessant. Das wär witzig, ja. Und dann hast du auf einmal drei Traitoren. Zum Beispiel sowas. Oder was weiß ich, was für Konstellationen noch gibt im Zweifel. Weil... Hätte mich jetzt interessiert, ob es so quasi lohnt, sich jemanden wiederzubeleben, um dann halt einen Freund zu bekommen. Also man muss nicht alleine sterben. Ja, du könntest den ja wiederbeleben und dann den direkt abschießen. Ja, aber in der Zeit hat er Zeit zu reagieren, im Zweifel. Ja, man kann ja vorher Deals auch sagen. Achso. Irgendwie so, ey, ich verlieb dich. Also ich mein, der andere kann natürlich nicht antworten, aber man kann ihm ja Vertrauen schenken vielleicht. Du kannst doch sagen, hey Bram, ich verlieb dich jetzt wieder. Schieß mich dann an ihr ab. Ja, genau. Vielleicht spielt jemand mit, vielleicht auch nicht. Das stimmt, aber das wär quasi schon mehr oder weniger safe gewesen. Ja, ja. Außerdem musst du es dann ansagen, was da wieder blöd sein kann für dich. Das war knapp. Hallo? Was haben Sie da? Zweimal Jay auf der Map. Hahaha. Was tragen Sie da? Wann ist das? Du hast da irgendwas hingeworfen. Nee. Ich hab nur den Spartan Kick. Hä? Du hast gerade irgendwas geworfen. Tschüss. Ich bin den Seher übrigens noch geworfen. Der muss nochmal gebufft werden. Weil der Kopfgeldjäger kann auch alles sehen und hat dafür noch eine One-Kill-Waffe. Das hat der Seher nicht slow-wollen. Oh, Peter, warte mal ganz kurz. Bleib mal kurz stehen, bitte. Ich bin der hier, der springt. Oh, bitte bleib stehen, ich möchte dich töten. Äh, Moment. Ich muss das hier nehmen. Dankeschön. Hast du jetzt meine Identität angenommen? Jo. Ich bin jetzt Peter. Und warum hast du das gemacht? Ja, hab ich Scheiße damit zu bauen. Und an dich zu blamen. Ich werde nie wieder stehen bleiben, wenn du mich darum bittest. Die ist aus der Map geflogen. Hallo, da ist einer bei dir. Ja, Brammen. Na, na. Na, 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 na. Na, 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 na. Christian, tritt hier jede Tür kaputt. Oh, aua. Ach, ne, doch nicht. Hui. Das sieht wirklich so aus, als würdest du tatsächlich was werfen statt treten, komischerweise. Oh. Ich seh dich, Dalu. Sepp spürt mit der Tür. Wir müssen uns mal alle am Graveyard treffen, das ist ja saucool. Oh, ne. Guck mal, Peter kommt schon. Sepp ist outa. Da ist noch einer. Sexy Jay ist outa. Guck mal, man muss nur callen, Alter. I summoned you. Oh, Dalu ist outa. Was willst du jetzt machen? Ja, der, der fehlt ist Trailer. Ach so. Warum? Okay, wer ist Trailer? Christian. Das ist ja ein Feld. Aber ich bin nicht Trailer. Du bist Christian. Okay. Ich tritt hier die Tür weiter ein. Mhm. Ich glaub mittlerweile hab ich alle. Ich will gleich die Lemon fliegen hier. Nein, nein. Peter geht jetzt. Das ist nicht Peter, das ist Jay. Hä? Ja, Moment, das gibt keinen Sinn. Du bist Peter. Nein, ich hab gewonnen, was Peter gemacht hat. Nein, ich bin Peter. Wait, what? Peter wird geschossen. Hey, was bist du denn jetzt? Ich bin Peter. Dalu, was bist du eigentlich? Innocent. Dalu ist Dalu. Das heißt, ich darf dich nicht abschießen, richtig? Kommt drauf an, bist du Trailer? Oh, ich bin im... Jaysus! Jaysus! Nein! Du hast mich verarschen. Du hast mir 50 Damage gedrückt. Nee, ich hab das Fenster kaputt gemacht. Ja, nix. Dann hätte ich doch weiter auf dich geschossen. Jetzt geht's los. Ja, Jaysus wirklich, der hat den Gummibar-Junge geworfen. Gummibar-Junge. Ich hab ihn mit der goldenen Diegel erwischt. Was ist, Peter? Moment, wieso schießt Daniel auf mich? Wieso schießt Daniel auf mich? Wieso schießt Daniel auf mich? Da war noch einer im Raum. Er schießt Daniel ruhig, und Christian dreht sich um. Nee, 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 nee. Ich hab's gleich da eigentlich hin. Ich hab's gar nicht geschossen da, Luna. Ist die irgendwie wegteleportiert worden? Letztens hat er sich wiederbelebt. Ich bin im Grape, ja. Ey, der ist grade schon direkt verschwunden in der Sekunde, wo ich auf ihn geschossen hab. Ja, er kann ja auch. Achso, dann ist das vielleicht... Also das sah aus wie so ein Bug oder so. Gerade ist irgendwas aktiviert worden. Also keine Ahnung, ob Jay noch lebt, ob er wiederbelebt wurde oder nicht. Ja, er lebt draußen am Brunnen, da war grad einer unsichtbar. Das war ich. Normal. Das war ich. Warte mal, ich kann ja gucken. Eins, zwei, drei, vier... Ich seh nur vier Lichter und mich quasi macht fünf. Das heißt, einer ist tot. Das heißt, Jay ist tot. Und war das mit Dennis? Ich bin auch tot. Achso. Nee, Dennis lebt noch. Heben noch alle bis auf Jay. Okay. Und Sepp hängt da oben drauf ab. Nee, das ist halt Bram. Hä, das ist... Oben ist... Sepp ist draußen. Ist denn nur der Unsichtbare? Bram ist der Bram nichtbar. Nee, du bist der Unsichtbare. Okay, ich glaub Bram ist es. Okay, ich glaub Bram ist es. Was? So ne Scheiße, ey. Geile Ding. Das schwindert mein Second Chance. Und ich kann mich nicht wiederbeleben, weil meine Leiche weg... Ja. Womit wurdest du gekillt? Goldenen Deagle. Kann man sich dann wiederbeleben? Ich glaube nicht. Normalerweise ja, meine ich. Aber die Leiche ist halt instant verschwunden. Also vielleicht wurde das geupdatet, das weiß ich nicht. Oder es ist halt wirklich gebugt oder so. Ja, aber gab's den Fall wirklich schon mal. Der klingt zwar nicht so unwahrscheinlich, aber... Deswegen hätte ich jetzt gesagt, das muss schon mal passiert sein. Error, body not found or on fire, so you can't revive yourself. Hey. Okay, wenn der Body on fire ist, kannst du auch nicht reviven? Das steht zumindest bei mir, keine Ahnung. Oh nein, ich will Schneemann bauen. Wer ist das hier vor der Tür? Ich? Wer ist das gewesen? Wer ist das gewesen? Nein, ich bin Spontaner! Peter, hier! Hier ist Peter! Pram, alter! Pram, alter! Pram, ich wollte Peter den Kopf abschlagen. Peter kommt, äh, Pram kommt genau um die Ecke und kriegt voll mal ein Spontanertritt in die Fresse. Das ist aber ein Bitter! Leute, Chris, Dalu, du Arsch, ey! Dalu ist es! Dalu, ich bin gleich tot! Ey, der war doch noch nicht so weit! Das ist mal Chris! Der war doch noch am Frosty hin! Pass auf Christian, du bist übrigens ein Boom Buddy bei Jay! Sind wir schon, sind wir schon so weit dafür auf alles? Ja. Alter! Der war... War ich wirklich getroffen? Nice! Okay! War nice! Hab ich nochmal getroffen? You wanna play a little game? Ja, vielleicht hat er... Wann ist das für Musik? Ich will nicht! Willst du einen Schneemann bauen? BAM! Was war das denn jetzt? Neemann treiben! Von woher hast du mich denn getroffen? Von rechts von dir am Gang. Genau, also da... Da... Ja, was kann das denn jetzt? Ich wollte mir das Kopf abschlagen! Guck, warum? Genau um die Ecke kriegt der die Dinge in die Presse! Genau in dem Moment! Das ist schon ein geiler Zufall, ey! Was kann das denn sein? Da war das Medium sehr traurig, das hab ich nicht vorher gesehen! Ja, Chance von 1 zu 1 Million oder so! Ja, leider bist du nicht mal Trader gewesen! Der ist da nur eine fette Minuspunktistik! Hey, heute sollst du Lotto spielen! Oh ne Scheiße! Jetzt ja nicht mehr... Luck runs out, ey! Wie viele Schneebälle hattest du? Also, keine Ahnung... Drei... Drei... Bram, Alter, du Fick! Das ist Weihnachten sehr... Ey! Boah, Alter ist das selbe! Ey, okay! Gehen sie weg! Das sah ganz gut aus, Luca! Ja, das stimmt! Das hatte... Oh! Ey, Moment mal! Da ist doch irgendeiner Stray da bestimmt, oder? Ja! Da, du, da, du, da, du! Ja! Was denn? Pass auf! Ich bin, ich bin hier Betrüger, ja? Ich könnte jetzt... Professor, Doktor, TTT, ey! Ja, pass auf! Äh, ich hab, ich hab zwei Fragen einmal, ja? Ich bin hier grad Betrüger und kann da ne Leiche... Ne Leiche hinlegen, ja? Ja, kann ich ja verschiedene Rollen geben! Ja! Einmal, was ist Dealer? Äh, Traitor! Hä? Also eine Form des Traitors? Ich hab jetzt glaub ich hab Christian getötet! Pass auf, wenn... Kann man Traitor bitte meine Leiche... Das wiederbeleben? Das geht auf jeden Fall nicht! Das weiß ich! Das hab ich schon getestet! Achso, ich werd da nicht! Ja, okay! Okay! Warum gerade Dalu als Traitor überführt? Ne, ich hab grad einen Traitor gekillt! Der liegt da! Ich dachte gerade, ich verschieße einfach und hab Christian abgeschossen! So, das Problem ist jetzt... Ramba, Jakarta, ich hab den gemacht! Ja! Warum regt sich Dalu darüber nicht auf? Über was denn? Dass ich Christian gerade gestöhnt hab! Christian war eh, äh, vom Amaterras getroffen! Der wär eh verbrannt! Achso! Ja, okay! Und wenn da... Lull! Wo kommt denn Dein? Hallo! Peter! Hier, Peter oder Jay also! Ich nicht! Äh, und einer von uns hat auch schon einen Innocent! Ja, einer von uns hat schon einen Innocent gefühlt! Dann sagt ja meistens immer der, der dir keine... äh, Grenzen kennt! Hahaha! Was ist passiert? Hahaha! Wer von meinen ist tot? Hahaha! Und Sepp hat den Fehler gekillt! Bist du so genau passiert? Hahaha! Hä? Sepp! Ja? Willst du einen mitgenommen? Leute, macht euch weiter! Wieso, was sollten wir uns machen? Jan! Ne! Du und also, Dalu und Jay! Wieso? Ich hab'n Scheuer gekillt! Sepp, geh mal weiter! Los, Sepp! Hol dir noch einen! Sepp! Du hängst am Fenster! Ich helf dir ein bisschen! Lebt nur noch einer von euch? Ne! So, Sepp! Wir müssen jetzt hier ein bisschen ins Haus spuken, ja? Okay, los geht's! Okay, los geht's! Nein, oder? Nein! Ist nicht passiert! Nein! Nein! Ist nicht passiert! Ist nicht, ist nicht passiert! Hat er sich jetzt selber getötet? Nein! Oh Gott! Nein! Scheiße! Aber du hast Jay auf, keine Ahnung wie wenig HP, direkt runtergemacht! Der war direkt rot! Sepp ist doch ne Killing Spree, diese Runde, ey! Oh, sorry! Ja, ich mach alle weg hier! Ja, kein Wohl, ey! Du wirst halt jetzt da runtergeklettert und genau da kam Sepp um die Ecke! Kann halt nicht sein, dass ich den wieder voll in die Fresse kriege und irgendein scheiß random Shit passiert! Oh, nice! Als Jay mich getötet hat, ich war erst verwirrt, ob du nicht das Avatar so geschossen hast! Ich? Also, mir ist nachher erst eingefallen, dass der zu farlange dauert ist! Ja, war natürlich auch versehrend, ich hab dich geschossen! Ja, ey! Christian brennt draußen, Sepp steht dahint! Ja, und guckt sich da an! Du hast auch am Anfang nichts gesagt! Ich habe eben einen Schuss! Ich habe einen Liegenschuss in den Rücken gedreht! Ja, ja! Der hat aber lange gedreht! Alter, das ist ein Witz, ey! Warum hast du denn... Warum bist du denn durch die Insta-Dairy von dir selbst gelaufen? Weil ich nicht gesehen habe, dass da eine geworfen wird! Ne, aber das war seine eigene! Das war nicht meine eigene! Oh, Dead Ringer ist auch noch wohl nicht Magier bin! Nein, Quatsch! Alter, ich hatte schon Jay voll im Zivis, ja Junge! Nach der Aussage! Kann wohl nicht wahr sein! Der hat gerade ganz schön viel Pech, muss man einfach mal sagen! Ja, oder ich habe Glück! Je nachdem, wie man es halt sieht! Na, also ich habe auch... Obwohl, das stimmt! Ich habe da... Haben wir auch eine Fett-Bildung bekommen! Ja, ja Leute! Kaufen! Warum soll ich nicht um die Ecke kommen? Kauft nicht bei Peter! Peter ist es! Kauft nicht bei Peters! Das ist eigentlich ein ganz guten Slogan! Ja! Kauft mich bei Peter! Weiß das? Den gab es schon mal! Das ist sexy Jack! Alter! Braham hat eine Amaterrasse! Braham hat eine Amaterrasse auf! Ich bin der Light-Winner! Christian ist ein guter! Wo ist der hin? Nein, nicht! Braham ist es! Warum schieße ich? Ich wurde von der MyFunction angeschossen! Warum schieße ich? Warum schieße ich? Das wurde gerade richtig hart von hinten ein Eindruck! Nein! Ich habe gerade... Warum schieße ich? Ich habe... Ich habe nicht getroffen! Okay, Sepp ist hier tot! Moment! Habe ich jetzt zweimal Sepp gefunden? Nein! Jay ist hier tot! Peter schießt! I don't know what this is! Oh! Braham ist hier tot! Christian ist übrigens... Ja! Und warum hast du... Achso, weil du Traitor bist? Ja? Ja, ist korrekt! Da! Da! Oh fuck! Das hat weh! Das hat weh! Ja! Aber den muss ich nochmal treffen! Oh nein! Oh scheiße! Alter, wenn du mich jetzt getötet hättest, weil du schießen musstest, das wär ja auch bitter gewesen. Letzte Runde. Das war wirklich die Mal-Function Gun. Ich dachte, ich hab echt gekuckt, ob ich aus Versehen irgendwie auf meine Maustaste gekommen bin. Guck mal, das kann einen richtig außer Rand und Band bringen. Okay, so viel krass ist das jetzt vielleicht auch wieder nicht, aber war schon verlaut. Ja, das ist schon ziemlich. Mit der Diegel geht's nur, mit der Schotty war echt hart. Also Christian hätte natürlich ja sterben können. Nein. Das wär halt Best-Case-Szenario, das hätt ich gerne. Ey! Boah, du Ficker! Du fick, Dalu ist es! Ich hab Dalu gemacht! Oh Gott, ich muss hier weg. Boah, das ist schön. Letzte Runde für den Dalu hier an dieser Stelle. Ja, okay, das ist ein Trailer. Leider hat er sich nicht geschafft. Ja. Ja. Ich, ich bumm's mich halt wieder hoch. Ja, richtig. Oh, Fick dich. Oh, Granate! Fick dich. Ich fahr das nicht. Ich bewache hier meine Leiche, ja. Muss doch gar nicht hier um die Ecke zu stehen, der Trailer, wer auch immer das ist. Ich hab mich versteckt. Alter, hört doch mal auf damit! Ein bisschen nochmal Jackal vielleicht, ich komm gerne auf deine Seite. Nee. Alter! Da ist jemand drin bei mir! Christian! Bullol! Nee, ich bin raus bei Peter. Christian sicherlich nicht, ey. Okay, keine Ahnung. Okay, dann warte. Ich dachte, das wär Christian. Okay. Wir haben noch einen Jackal unter uns. Sepp hab ich auch gemacht. Warte mal kurz. Ich hab hier meine Trade-Toren auf meiner Seite. Ja, das heißt, du kannst auch noch Jackal sein. Ja, ich wollt grad sagen, Jay. Ja, das stimmt. Dann kann ich tatsächlich sein. Ja, aber der kam mit einem Metal-Launcher rein. Der liegt hier sogar noch. Leider leer. Okay. Kann ich aufnehmen. Ich bin Priester. Feels bad. Oh, warte. Warte, warte, Jay. Ähm. Die kann man ja eh nicht wiederbeleben, ne? Wo bist du? Nee, von dir will ich nichts. Ich brauche Blut. Peter und Peter. Ah, ich brauche Blut. Peter und Peter. Ich glaube, Peter ist er. Bram, du bist set, oder? Ich bin da nicht. Ich bin nur set und gambler. Alter, jetzt hast du ihn aufge... Läuf! Peter oder Bram hat gerade einen getötet. Äh. Der ist gerade gestorben. Ich wart nicht. Ja, ist klar. Aber ich wirklich nicht. Ja, Bram. Peter hat sich selbst erschossen. Ich wart nicht! Bram hab ich gemacht. Oh, fuck, ich muss... Wait, das kann er nicht. Wieso lebt der noch? Willst du mich verarschen? Dann wird der wiederbelebt oder sonst was. Und Peter wird sich ja nicht selbst erschossen haben. Hä? Lebt der noch? Während Jay und ich zusammen waren. Ja, kann er nicht. Du bist ja nicht ernsthaft Schakal, oder? Nein! Hä? Warum ist das Leiche nicht hier noch? Farsch mich nicht, Christian! Bist du dritter Trailer? Ich weiß nicht. Ne, ne, ne. Lebt noch... Ne... Lebt keiner mehr. Moment, du bist ja doch... Keiner nur... Wir sind vorne und waren nicht... Keiner nur auf'n Duell hinauslaufen. Ich bin innocent! Hast du mit der Leiche gemacht? Dito! Garne! Ich stand doch bei dir im Raum und hab Sepp gefressen, als das passiert ist. Das weißt du doch selber. Also bist du Schakal. Nein! Zeitkick, oder whatever. Weiß auch nicht, wo du bist. Hast du dich denn jetzt hinverkrochen? Wieso bist du denn weggerannt? Wat? Wieso du dich verkrochen hast, wenn wir nur noch zu zweit leben? Weiß ich nicht. Wat bist du? Innocent. Innocent. Oh! Jakal! Das glaub ich genau nicht! Doch! Also ich seh das... Der lebt noch! Nee, nee! Nee, nee! Dammit! Nee, ey! Jetzt hab' ich mir wieder den K'Chulu geholt, ey! Scheiße! Ich seh' dich! Ja, ich seh' dich auch, mein Freund! Ich seh' dich nicht mehr dran! Ich seh' dich nicht mehr dran! Oh, kacke! Oh, kacke! Das ist doch scheiße, ey! Ja! Okay! So, das war die letzte Runde! Morgen geht's auf dem YouTube-Kanal weiter! Ja! Und ich hoffe es hat euch gefallen! Gerne like das! Bis dahin macht's gut! Tschau! Tschau!